Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament das Urheberrechtsabkommen ACTA gestoppt. Die EU-Kommission hatte den Vertrag mit zehn weiteren Staaten ausgehandelt. Im Frühjahr waren dagegen europaweit Menschen auf die Straße gegangen. Die Kritiker bemängeln, der Vertrag habe unklare Formulierungen, die viel Spielraum ließen, auch für weniger Datenschutz und Zensur im Internet. Der Kampf gegen Produktpiraterie, das ist ein Ziel des Handelsabkommens ACTA. Im Visier gefälschte Markenware. Es geht aber auch um illegale Verbreitung von Filmen und Musik im Internet. Hunderttausende ACTA-Gegner sahen dadurch ihre Freiheit im Netz in Gefahr. Sie befürchteten eine zu starke Überwachung des Internet oder sogar Sperren. Jetzt stimmte auch das EU-Parlament in Straßburg gegen ACTA. Es ist ein guter Tag für die Demokratie und auch für die Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert haben in der Politik, hier auch in Europa. In seiner jetzigen Form wird das ACTA-Abkommen in Europa nicht in Kraft treten. Das sei ein Rückschlag im Kampf gegen Markenpiraterie, sagen die Konservativen. Wir haben mehrere zehntausend Arbeitsplätze in Europa, die deswegen gefährdet sind und schon verloren gegangen sind. Wir haben Millionen von Verbrauchern, die gefälschte Produkte weiter kaufen, deswegen betrogen werden und in ihrer Gesundheit, in ihrem Leben gefährdet werden. Und all diese Probleme werden jetzt nicht gelöst. Helfen könnte ein neuer Anlauf, bei dem es nur um Produktpiraterie geht. In einem waren sich heute die Parteien einig. Internationale Abkommen wie ACTA müssen in Zukunft transparent verhandelt werden und nicht in Hinterzimmern. Im Internet zum Beispiel bei Twitter feiern die ACTA-Gegner heute, was sie erreicht haben. Sie haben massiv Druck ausgeübt auf das EU-Parlament. Das ACTA-Abkommen ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, diese Kritiker möglichst frühzeitig einzubinden. Gelegenheit wird es sehr bald geben, denn das Urheberrecht im digitalen Zeitalter muss dringend neu geregelt werden.